Egoismus ist für mich, wenn Menschen rücksichtslos zu anderen Menschen sind. Egoismus ist für mich, wenn man nur auf sein eigenes Wohl achtet. Zum Beispiel in Zeiten von Corona, den Leuten die Einkäufe weghamstern oder seine Maske nicht zu tragen. Ohne Egoismus kann man nicht erfolgsorientiert und ehrgeizig sein. Egoismus ist, wenn ich nur an mein Kapital denke. Egoismus ist, wenn du nicht verlieren kannst. Egoismus ist für mich, wenn man nur seine eigene Meinung akzeptiert und andere nicht toleriert. Egoismus ist, wenn man nach dem ersten Eindruck jemanden sofort in eine Schublade steckt. Nach dem näheren Kennenlernen kann ein Pinnmann auch zum Ehrenmann werden. Ein kontrollierter Egoismus gibt einem mehr Selbstvertrauen. Egoismus ist für mich, wenn ich bei Fridays for Future mitlaufe und aus Bequemlichkeit trotzdem nur Plastik kaufe. Egoismus ist, wenn ich meine gut erhaltenen Möbel nicht an die Tafel spende, sondern wegschmeiße. Egoismus ist, wenn ich meine Macht in einer höheren Position ausnutze. Egoismus ist, wenn andere leiden müssen, damit es uns besser geht. Würdest du einen Flüchtling bei dir übernachten lassen? Zivilcourage ist hingucken statt weggucken. Zivilcourage ist, wenn ich mein Herzlich bei dir übernachten soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017